Im palästinensischen Westjordanland haben die Demolierungen durch die israelische Armee im vergangenen Jahr deutlich zugenommen. Betroffen ist vor allem das sogenannte C-Gebiet, die ländlichen Regionen also, in denen allein die israelische Besatzungsmacht für Sicherheit und für die Verwaltung zuständig ist. Ein Zusammenschluss von Nichtregierungsorganisationen in den besetzten Gebieten hat jetzt einen Bericht über die Demolierungen veröffentlicht. Danach hat die israelische Armee seit Anfang 2011 62 Objekte von Palästinensern zerstört, die von EU-Staaten finanziert wurden, vor allem Wohnhäuser, Ställe, andere landwirtschaftliche Gebäude und Zisternen. Insgesamt wurden in diesem Zeitraum 620 Einrichtungen niedergerissen. Die Begründung der israelischen Behörden lautet immer wieder, die Gebäude seien illegal errichtet worden. Eine der Organisationen, die Daten über die Zerstörungen sammelt, ist das Büro der Vereinten Nationen zur Koordinierung humanitärer Angelegenheiten, kurz OCHA. OCHA-Mitarbeiter Maxwell Gaylard stellt fest, Wir haben einen deutlich steigenden Trend bei diesen Demolierungen festgestellt. Es ist hier sehr schwierig für Palästinenser im C-Gebiet eine Baugenehmigung zu bekommen. Das dauert Jahre, wenn überhaupt. Deshalb bauen viele Palästinenser ohne Genehmigung, in dem Wissen, dass es sich völkerrechtlich um palästinensisches Land handelt und Israel eine Besatzungsmacht ist. Die Europäische Union fördert die Entwicklung der palästinensischen Infrastruktur im sogenannten C-Gebiet ausdrücklich. Über die 62 bereits zerstörten Einrichtungen hinaus sind nach Angaben des Berichts der Nichtregierungsorganisationen weitere 110 Objekte von der Zerstörung bedroht. In diesen Fällen haben die israelischen Behörden die Demolierung bereits angekündigt oder einen Baustopp verfügt. Hier geht es auch um mehrere Solarstromprojekte, die unter anderem von Deutschland finanziert wurden. Eine der Solaranlagen versorgt die internationale Begegnungsstätte Zelt der Nationen bei Bethlehem mit Strom. Direktor ist der Palästinenser Dawud Nassar. Meine Familie Nassar lebt hier seit 1916, hat mein Großvater in einer Höhle gewohnt auf diesem Land. Und wir sind als Kinder und Enkelkinder mit dem Land groß geworden. Dieses Land liegt unter der Gefahr der Enteignung seit 1991. Und seitdem kämpfen wir juristisch für dieses Land. Nach Angaben der Europäischen Kommission zerstörte die israelische Armee in den besetzten Gebieten in den Jahren 2001 bis 2011 Projekte von EU-Staaten im Wert von mehr als 49 Millionen Euro. Beim jüngsten Besuch des deutschen Entwicklungsministers Dirk Nibel, beim stellvertretenden israelischen Außenminister Dani Ayalon im Februar, kam das Thema zumindest öffentlich nicht zur Sprache. Nibel monierte im Blick auf deutsche Hilfsprojekte im C-Gebiet lediglich, Dass ich mir manchen Planungsprozess schneller wünschen würde, dass aber auch die berechtigten Sicherheitsinteressen Israels dazu beitragen, dass manche Planung besonders detailgetreu gemacht werden muss, wissen wir aus der jahrelangen Arbeit und versuchen es praktisch so umzusetzen, dass wir möglichst viele gute Ergebnisse erzielen. Deutschland ist mit einem Investitionsvolumen von insgesamt 80 Millionen Euro der zweitgrößte Geldgeber bei Entwicklungsprojekten für Palästinenser im sogenannten C-Gebiet.